Ich lerne Deutsch. Nummer 9.225 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich bezweifle deine Aussage. Hast du das wirklich so erlebt? Ich bezweifle deine Aussage. Hast du das wirklich so erlebt? Jetzt ist alles in Ordnung. Der Motor springt sofort an und läuft sehr ruhig. Jetzt ist alles in Ordnung. Der Motor springt sofort an und läuft sehr ruhig. Durch strategische Planung bin ich meinen täglichen Aufgaben immer einen Schritt voraus. Durch strategische Planung bin ich meinen täglichen Aufgaben immer einen Schritt voraus. Wir mussten einen alten Baum in unserem Garten fällen. Wir mussten einen alten Baum in unserem Garten fällen. Ein Geburtstag ist eine gute Gelegenheit für ein Geschenk. Ein Geburtstag ist eine gute Gelegenheit für ein Geschenk. Ich habe viel von meiner Ballettlehrerin gelernt. Mein Arbeitgeber verlangt, dass ich bei der Arbeit einen Anzug trage. Zu Hause ziehe ich ihn sofort aus. Mein Arbeitgeber verlangt, dass ich bei der Arbeit einen Anzug trage. Zu Hause ziehe ich ihn sofort aus. Mein Arbeitgeber verlangt, dass ich bei der Arbeit einen Anzug trage. Zu Hause ziehe ich ihn sofort aus. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Aber wenn ich nicht los realms sage. Vielen Dank.